Hey, ich bin's Yala, eure Botschafterin und heute beschäftige ich mich schon mal mit Thanksgiving in Kanada. Und zwar kennen ja viele aus den Filmen schon Thanksgiving. Ich glaube aber meistens ist es so, dass aus den United States unterscheiden tut sich das jetzt nicht so wirklich, glaube ich. Also bei uns ist Thanksgiving einfach früher. In Kanada feiert man das am zweiten Montag im Oktober. Also bei uns war das jetzt der 10. Oktober und da haben wir gefeiert und quasi das ganze Wochenende, wir hatten Montag frei, da wo dann Thanksgiving war. Und genau, also wir waren sonntags bei Freunden, haben so ein bisschen Friendsgiving gemacht, haben gefrühstückt und Videospiele gespielt und sowas. Wir sind da eigentlich ganz cool locker drauf und dann sind wir montags zur Familie gefahren zum Bruder von meinem Gastvater und dort haben wir dann zusammen gegessen. So typisches Essen, davon kann ich euch mal was einblenden. Genau, mein Essen war vegan, deswegen sieht das anders aus, aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Und ja, ansonsten haben wir auch da einfach viel geredet, ein bisschen Zeit verbracht. Dieses typische Thanksgiving, ich sage danke, hatten wir jetzt nicht. Also wir haben so ein bisschen aus Spaß gefragt, na, für was seid ihr dieses Jahr dankbar? Aber es war jetzt nicht so, als ob man rumgegangen ist im Kreis und jeder hat was gesagt. Also so war es jetzt nicht. Aber ansonsten, ja, sind wir nach Hause, haben Spiele gespielt zusammen noch und haben einfach die Zeit so ein bisschen als Familie genossen. Ich muss sagen, es war jetzt nicht so ein großer Unterschied zu einem normalen Tag mit der Familie, außer dass man halt ein bisschen schicker gegessen hat. Aber es war schön, es war ein schöner Tag und den haben wir auch genossen. Genau, man kam halt auch mal mit der ganzen Familie zusammen. So, als kleine Erklärung, Thanksgiving ist ein Fest hier in Kanada und das gibt es in den USA auch. Ich weiß nicht, ob es das woanders noch gibt, aber auf jeden Fall in diesen zwei Ländern, dass man sich quasi mit der ganzen Familie trifft und einfach so ein bisschen das letzte Jahr reflektiert. Also man sagt, dass man dankbar ist für Dinge, die im letzten Jahr passiert sind oder Dinge, die einen vielleicht auch zu einem besseren Momentchen gemacht haben, die halt doof gelaufen sind, aber im Endeffekt einen Effekt hatten. Und deswegen, ich persönlich finde das so schön, weil es ist, glaube ich, nichts Kirchliches. Es ist einfach nur so ein Fest halt für die Familie. Und ich finde, dass man eigentlich auch mal Danke sagen kann, auch an sich selbst, weil man sagt auch einfach mal Danke so, hey, danke, dass das so passiert ist. Ich bin dankbar dafür und das finde ich voll schön. Warum etablieren wir das nicht in Deutschland? Aber auf jeden Fall ist das so ein bisschen der Sinn hinter Thanksgiving, die, die das nicht wissen. Typisch ist auch halt dieser Truthahn, das Truthahn-Essen, das kennt man ja so aus Filmen. Und hier habe ich auch gelernt, dass man Kürbis isst an Thanksgiving. Und ansonsten sind das so die Fakten über Thanksgiving, würde ich sagen. Und jetzt seht ihr so ein bisschen, wie mein Thanksgiving verlief. Guten Morgen, heute ist Thanksgiving bei uns in Kanada. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch einfach mal einen Tag mit. Viele haben schon am Sonntag, also gestern gefeiert, aber wir feiern heute am Montag. Und genau, deswegen nehme ich euch ein bisschen mit. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist so gutes Wetter draußen, das ist so krass. Es scheint richtig die Sonne. Yay, good day. Und ich gehe jetzt erst mal duschen. Weil, so sehe ich aus. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich mich schick anziehen soll oder ob ich einfach lässig normal aussehen soll oder irgendwas. Deswegen muss ich jetzt mal überlegen, was ich anziehe. Wir fahren übrigens zu dem Bruder von meinem Gastvater. Und der hat auch kleine Kinder und die Großeltern kommen und sowas. Ich bin jetzt gerade mein Outfit an meinem Raussuchen. Und ich weiß nicht, wie happy ich damit bin. Ich weiß, es ist halt ziemlich lame eigentlich. Aber ich hoffe, das ist schick genug. Ich hatte drunter jetzt so ein T-Shirt, das so ein Kragen hat. Von wegen schick sein. Ja. Aber jetzt mache ich mal ein bisschen Make-up. Ich habe halt das Gefühl, dass schon durch Make-up irgendwie voll viel verändert wird. Ich habe halt das Gefühl, dass schon mal ein Kragen hat. Genau, das war es mit meinem Video über Thanksgiving. Leider konnte ich nicht alles mitfilmen. Aber das war so im Groben, was wir unternommen haben. Das war halt auch nichts Großes. Aber typisch für meine Familie. Deswegen konntet ihr jetzt so ein bisschen sehen, wie das kanadische Thanksgiving aussieht. Genau. Außerdem ist momentan das Winterstipendium am Lauf. Ihr könnt auf TikTok 500 Euro gewinnen. Und auf Instagram, wenn ihr ein Video einsendet, 1000 Euro. Und nutzt die Chance wirklich auf Schüleraustausch auf dem Instagram-Account. Erfahrt ihr mehr darüber oder auf dem TikTok-Account. Ich selbst habe das TikTok-Stipendium damals gewonnen. Und das hat mir so viel geholfen. Also denkt nicht, ich kriege es eh nicht. Sondern nutzt die Chance, bewerbt euch. Das wird gut. Genau. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen schönen Tag. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, wenn ihr wollt. Der ist unten verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Und bis zu meinem nächsten Video.